Ich freue mich, wenn ihr euch meine Geschichte anhören tut. Heute gibt es vom Kapitän Hatteras das 16. bis 20. Kapitel. Viel Spaß beim Zuhören. 16. Kapitel Der magnetische Pol Je näher Hatteras dieser Straße kam, desto unruhiger ward er, in der Tat, es sollte sich das Schicksal seiner Fahrt entscheiden. Bis hierher hatte er mehr als seine Vorgänger geleistet, von welchen der glücklichste, McClintock, 15 Monate gebraucht hatte, um in diesen Teil des Polarmeeres zu gelangen. Aber, gelang ihm nicht durch diese Straße zu fahren, so war damit wenig, ja nichts gewonnen, konnte er nicht denselben Weg zurück, so sah er sich eingeschlossen bis zum folgenden Jahre. Daher wollte er auch die Mühe, die Küste zu untersuchen, niemand sonst überlassen, er stieg hinauf ins Elsternest, und blieb da mehrere Stunden. Die Mannschaft wusste genau, wie es mit dem Schiffe stand, und es herrschte an Bord tiefes Schweigen, die Maschine bewegte sich langsamer, und der Vorwart hielt sich dem Lande möglichst nahe. Die Küste war dicht gesät mit Eisblöcken, welche auch die heißesten Sommer nicht hatten zum Schmelzen bringen können, es gehörte ein geschicktes Auge dazu, um hier eine Einfahrt zu entdecken. Hatteras verglich seine Karte mit dem Land. Da um Mittag die Sonne ein wenig zum Vorschein kam, so ließ er durch Schänden und Wall eine recht genaue Aufnahme machen, die ihm laut zugerufen wurde. Das war ein halber Tag voll Angst für alle Gemüter. Doch plötzlich um zwei Uhr erscheinte es laut vom Mast herab. Westwärts das Kap. Den Dampf verstärken. Die Brick leistete unverzüglich Folge, sie richtete ihr Vorderteil nach der bezeichneten Stelle. Das Meer schäumte unter dem Wellenschlage der Schraube und der Vorwärtschoss mit äußerster Schnelligkeit zwischen zwei reißenden Eisströmen. Der Weg war gefunden, Hatteras kam bald auf die Kempene herab und der Eismeister begab sich wieder auf seinen Posten. Nun, Kapitän, sagte der Doktor, so sind wir doch endlich in die berühmte Straße eingelaufen? Ja, erwiderte Hatteras mit gedämpfter Stimme, aber es ist nicht genug damit, einzulaufen, man muss auch wieder heraus. Hierauf begab er sich wieder in seine Kabine. Er hat Recht, sagte sich der Doktor, wir sind da wie in einer Mausefalle, ohne viel Raum uns zu bewegen, und wenn man in dieser Enge überwintern müsste. Darn! Wir wären dann nicht die Ersten, welche ein solches Los treffe, und wo andere sich aus der Verlegenheit zu ziehen wussten, würden auch wir uns zu helfen wissen. Der Doktor irrte sich nicht. An derselben Stelle, in einem kleinen geschützten Hafen, den Mac Clintock selbst Kennedyhafen benannte, brachte der Fox den Winter 1858 zu. Die Bellotstraße, eine Meile breit bei siebenzehn Meilen Länge, mit einer Strömung von sechs bis sieben Knoten, zieht sich zwischen Gebirgsreihen, deren Höhe auf sechzehnhundert Fuß geschätzt wird. Sie scheidet Nordsommerseit vom Landebootja, die Schiffe haben nicht viel freien Bewegungsraum. Der Vorwirt fuhr darin weiter, vorsichtig, doch kam er vorwärts, an dieser engen Stelle gibt es häufig Stürme, und die Brigg hatte ihre gewöhnliche Heftigkeit zu spüren. Auf des Kapitäns Befehl wurden die Segelstangen herabgearsen, die Maste herausgenommen, trotzdem hatte das Schiff außerordentlich unter den Windstößen und Wellenschlägen zu leiden. Man fuhr zwischen den schwimmenden Eismassen ziemlich aufs Geratewohl, das Barometer fiel auf 29 Zoll. Auf dem Verdeck war es schwer sich aufrechtzuhalten, und es blieben daher die Matrosen meistens in ihrem Versammlungsraum, um nicht unnötig zu leiden. Hatteras, Johnson, Shenton blieben trotz des Regens und Schneegestöbers auf der Kempini, und auch der Doktor kam trotz des widerlichen Aufenthalts unverzüglich zu ihnen herauf. Man konnte sich nicht verstehen, kaum sehen. Hatteras war bemüht, mit seinem Blick den dichten Nebelvorhang zu durchdringen, denn seiner Schätzung nach musste er sich gegen sechs Uhr am Ausgang der Straße befinden. Damals schien jeder Ausgang versperrt, Hatteras sah sich daher genötigt Halt zu machen, und ankerte sich an einem Eisberg fest, aber er blieb die ganze Nacht in Spannung. Das Wetter war fürchterlich. Der Vorwart drohte jeden Augenblick seine Ketten zu zerreißen, es war zu befürchten, der Eisberg möge, durch die Gewalt der Weststürme von seiner Basis gerissen, samt der Brickforttreiben. Die Offiziere waren in ängstlicher Spannung, beständig aufs Äußerste wachsam, zu den Schneewirbeln kam ein wahrer Hagel, den der Sturm von der aufgetauten Oberfläche der Eisbank wegfegte. Die Temperatur stieg während dieser schrecklichen Nacht erheblich. Das Thermometer zeigte 57 Grad, und der Doktor glaubte zu seinem großen Befremden im Süden einige Blitze wahrzunehmen, mit sehr fernem Donnern. Dadurch schien sich die Angabe des Wallfischfahrers Scorsby zu bestätigen, der über dem 65. Breitegrad hinaus die gleiche Erscheinung beobachtete. Ebenso war der Kapitän Pari im Jahre 1821 Zeuge dieser meteorologischen Sonderbarkeit. Gegen 5 Uhr früh änderte sich die Witterung auffallend rasch, die Temperatur stellte sich plötzlich auf den Gefrierpunkt, der Wind schlug um zu Nord und ward ruhiger. Jetzt konnte man die westliche Mündung der Straße wahrnehmen, aber sie war völlig versperrt. Hatteras blickte begierig nach der Küste, im Zweifel, ob es wirklich die Durchfahrt sei. Inzwischen ging die Brick wieder unter Segel und glitt langsam zwischen den Eisströmen, während die Eisblöcke mit Getöse an seinen Seitenwänden zertrümmerten. Die Pack waren noch sechs bis sieben Fuß dick. Man musste ihrem Druck sorgfältig ausweichen, denn wollte das Schiff Widerstand leisten, so geriet es in Gefahr, emporgehoben und auf die Seite geworfen zu werden. Um Mittag, und zum ersten Mal, konnte man ein prachtvolles Sonnenphänomen bewundern, einen Sonnenring mit zwei Nebensonnen, der Doktor beobachtete es, und nahm genaue Maße von demselben. Der äußere Bogen war nur auf einer Strecke von 30 Grad des Horizontdurchmessers sichtbar, die beiden Sonnenbilder unterschieden sich merklich. Die Farben, welche man bei den Lichtringen wahrnahm, waren von innen nach außen, rot, gelb, grün, schwachbläulich, endlich das weiße Licht ohne merkbare Begrenzung nach außen. Der Doktor erinnerte sich an die sinnreiche Theorie TH. Jungs über diese Meteore Dieser Physiker nimmt an, es befänden sich gewisse Wolken aus Glasprismen in der Atmosphäre schwebend. Die Sonnenstrahlen, welche auf die Prismen fallen, brechen sich unter Winkeln von 60 und 90 Grad. Die Sonnenringe können sich also nur bei heiterem Himmel bilden. Dem Doktor kam diese Erklärung recht sinnreich vor. Die Seeleute, welche häufig die Polarmerfahrten machen, sehen dieses Phänomen als Vorboten reichlichem Schnees an. Wenn dieses sich bewährte, so wurde die Lage des Vorwärts sehr bedenklich. Hatteras entschloss sich daher, weiterzufahren. Während des übrigen Verlaufs dieses Tages und der folgenden Nacht gönnte er sich keinen Augenblick Ruhe, sah auf den Horizont, lief die Strickleitern hinauf, ließ keine Gelegenheit außer Acht. Der Ausfahrt der Enge nahe zu kommen Doch am frühen Morgen musste er vor der undurchdringlichen Eisdecke Halt machen. Der Doktor kam auf der Campany zu ihm. Hatteras nahm ihn mit sich aufs Hinterteil, wo sie ohne Besorgnis um Ohrenzeugen plaudern konnten. Wir stecken fest, sagte Hatteras, unmöglich können wir weiter. Unmöglich, fragte der Doktor. Unmöglich, mit allem Pulver des Vorwärts gewinnen wir nicht eine Viertelmeile. Was fangen wir also an? Fragte der Doktor. Was weiß ich. Verwünscht sei dies heillose Jahr, welches so schlimm beginnt. Nun, Kapitän, wenn man überwintern muss, tun wir's hier. Die Stelle ist so gut wie eine andere. Allerdings, sagte Hatteras leise, aber man sollte ein Winterquartier vermeiden, zumal im Juni. Der Winter auf Enthalt ist voll moralischer und physischer Gefahren. Der Geist einer Mannschaft wird durch die lange Ruhe inmitten wirklicher Leiden leicht herabgestimmt. Darum rechnete ich auch darauf, nur unter einem Hörenbreitegrad näher dem Pol meinen Aufenthalt zu nehmen. Ja, aber das Verhängnis hat gewollt, dass die Buffins bei versperrt war. Sie war aber doch für einen anderen offen, rief Hatteras voll Entrüstung für den Amerikaner, den. Sehen Sie, Hatteras, sagte absichtlich unterbrechend der Doktor, wir sind noch nicht am fünften. Juni, lassen wir den Mut nicht fallen, es kann sich uns noch plötzlich eine Durchfahrt öffnen, Sie wissen, dass das Eis geneigt ist, sich in mehrere Blöcke zu zerteilen, selbst bei ruhiger Witterung. Wir können demnach noch stündlich eine Durchfahrt zum freien Meer finden. Nun denn, wenn eine sich darbietet, wollen wir sie einschlagen. Es ist leicht möglich, dass wir über der Bellotstraße hinaus eine Bahn finden, wieder nach Norden zu steuern, durch die Peelstraße oder den Kanal McClintock und dann. Kapitän, sagte James Weil, der in dem Augenblick herbeikam, wir laufen Gefahr, unser Steuerruder durch die Eisblöcke zu verlieren. Nun, erwiderte Hatteras, so wollen wir die Gefahr laufen. Ich lasse es nicht wegnehmen, will vielmehr zu jeder Stunde bei Tag und Nacht bereit sein. Sorgen Sie, Weil, dass man es so viel wie möglich schützt, und den Eisblöcken ausweicht, aber an seiner Stelle soll es bleiben, verstehen Sie mich? Aber doch, fuhr Weil fort. Man hat mir keine Bemerkungen zu machen, mein Herr, sagte Hatteras mit strengem Ernst. Gehen Sie. Weil begab sich wieder auf seinen Posten. Ach, sagte Hatteras in einer Zorneswallung, ich gebe fünf Jahre meines Lebens darum, wenn ich mich im Norden befände. Es ist mir keine Durchfahrt bekannt, die gefahrvoller wäre. Zum Übermaß der Schwierigkeit ist in dieser Nähe des magnetischen Pols der Kompass nicht zu gebrauchen, die Nadel wird entweder säumig oder ehrig, und ändert beständig ihre Richtung. Ich gestehe, erwiderte der Doktor, es ist eine gefahrvolle Fahrt. Aber am Ende haben doch die, welche Sie unternehmen, sich darauf gefasst gemacht, sodass Ihnen nichts dabei überraschend vorkommen kann. Ach, Arzt! Meine Mannschaft ist sehr verändert, und, wie Sie eben gesehen haben, sind bereits die Offiziere imstande Einwendungen zu machen. Die hohe Löhnung war zwar geeignet, für Ihre Anwerbung die Entscheidung zu geben, aber das hat auch seine schlimme Seite, denn nach der Abfahrt sind Sie umso mehr auf die Rückkehr versessen. Doktor, ich finde bei meiner Unternehmung nicht die nötige Stütze, und wenn sie scheitert, ist nicht dieser oder jener Matrose daran schuld, sondern der Mangel an Wille bei einigen Offizieren. Ah, das werden Sie schwer zu büßen haben. Sie übertreiben, Hatteras. Ich übertreibe nichts. Meinen Sie, die Leute seien missgestimmt über die Hindernisse, welche sich mir entgegenstellen? Im Gegenteil. Man hofft, Sie würden mich von meinen Plänen abbringen. Darum murren Sie auch nicht, und solange der Schmarbeil des Vorwärts südwärts gerichtet ist, wird es so bleiben. Die Touren bilden sich ein, Sie kämen damit England näher. Aber wenn es mir gelingt, wieder nordwärts zu steuern, werden Sie sehen, wie es dann anders lautet. Doch ich schwöre, kein lebendes Geschöpf soll mich von der Linie meines Verhaltens abbringen. Eine Durchfahrt, eine Öffnung, durch welche meine Brick hindurch gleiten kann, und ich werde Meister sein. Die Wünsche des Kapitäns sollten einigermaßen befriedigt werden. Wie der Doktor vorausgesagt, trat im Laufe des Abends eine plötzliche Veränderung ein. Durch irgendeine Einwirkung, des Windes, der Strömung oder der Temperatur, kamen die Eisfelder zum Bruch und der Vorwart drang kühn in die Öffnung und zertrümmerte mit seinem stehlernen Schnabel die schwimmenden Eisblöcke. Er fuhr die ganze Nacht hindurch und kam am Dienstag gegen sechs Uhr aus der Bellotstraße hinaus. Aber wie musste Hatteras in stillem Zorn ergrimmen, als er den Weg nach Norden sich hartnäckig versperrt sah? Doch besaß er Seelenstärke genug, um seine Verzweiflung nicht zu erkennen zu geben, und als habe er die einzige Bahn, welche offen war, selbst vorgezogen. Er fuhr das Schneewetter ein. Während 36 Stunden fuhr der Vorwart längs der buchtenreichen Küste Botias, ohne dass es ihm möglich ward, dem Prinzwilsland nahe zu kommen. Hatteras verstärkte den Dampf mit Kohlenverschwendung, er zählte stets darauf, seinen Vorrat auf der Insel Bichy zu ergänzen. Am Donnerstag kam er ans Ende der Franklinstraße und fand immer noch den Weg nach dem Norden versperrt. Das war zum Verzweifeln, es war ihm nicht einmal mehr möglich, denselben Weg zurückzumachen. Die Eisblöcke trieben vorwärts, und er sah unablässig den Weg hinter sich wieder sie schließen, als wenn da, wo er eine Stunde zuvor noch gefahren war, das Meer niemals frei gewesen wäre. So konnte der Vorwart nicht nur nicht nordwärts vorankommen, sondern dürfte sich nicht einen Augenblick aufhalten, wollte er nicht stecken bleiben, und er floh vor den Eisblöcken. Wie ein Schiff vor dem Sturm Am Freitag, den 8. Juni, kam er nächst der Küste von Botia an die Einfahrt der James-Ross-Straße, welche er um jeden Preis zu vermeiden hatte. Denn sie hatte nur eine westliche Ausmündung und endigt unmittelbar am festen Lande Amerikas. Die um Mittag angestellten Beobachtungen ergaben 70 Grad 5,17 für die Breite und 96 Grad 46,45 für die Länge. Der Doktor notierte diese Ziffern auf seiner Karte und sah, dass er sich endlich am magnetischen Pol befand, gerade an der Stelle, wo James-Ross, Neffe des Sir John, unlängst diesen merkwürdigen Punkt festgestellt hatte. Das Land war in der Nähe der Küste niedrig und stieg nur um etwa 60 Fuß in der Entfernung einer Meile von dem Meere ab. Da der Kessel des Vorwärts gereinigt werden musste, so ankerte der Kapitän sein Schiff an einem Eisfelde fest und gestattete dem Doktor, in Gesellschaft des Rüstmeisters ans Land zu gehen. Er selbst, unempfänglich für alles, was nicht mit seinen Plänen in unmittelbarer Verbindung stand, schloss sich in seine Kabine ein und vertiefte sich im Anblick der Karte des Pols. Der Doktor kam mit seinem Gefährten leicht ans Land, der erstere trug einen zu seinen Experimenten bestimmten Kompass. Er wollte das James-Ross-Arbeiten kontrollieren und entdeckte leicht den von letzterem errichteten Hügel von Kalkstein. Er eilte hin und vermochte durch eine Öffnung darin in die zinnerne Lade zu gewahren, worin James-Ross das Protokoll seiner Entdeckung niedergelegt hatte. Kein lebendes Wesen schien seit 30 Jahren diese einsame Küste besucht zu haben. An dieser Stelle nahm eine so leicht wie möglich in Schwebe gebrachte Magnetnadel in Folge magnetischer Anziehung sogleich eine beinahe senkrechte Lage an. Das Zentrum der Anziehung befand sich demnach in nächster Nähe, wo nicht unmittelbar unter der Nadel. Der Doktor machte sein Experiment sorgfältig. Aber wenn James-Ross wegen Mangelhaftigkeit seiner Instrumente für seine vertikale Nadel nur eine Neigung von 89 Grad 59 fand, so lag der Grund darin, dass der wahre Magnetische Punkt sich wirklich nur eine Minute weit von diesem Ort entfernt befand. Der Doktor Klaboni war glücklicher und hatte nicht weit von da die große Befriedigung, ihre Neigung um 90 Grad zu sehen. Hier ist also genau der magnetische Pol des Erdbeits. Rief er aus und stampfte mit dem Fuß. Eben hier? fragte Meister Johnson. Gerade hier, mein Freund. Also, fuhr der Rüstmeister fort, muss man jede Annahme eines Magnetbergs oder einer magnetisierten Masse aufgeben. Jawohl, mein wackerer Johnson, erwiderte der Doktor mit Lachen, das sind die Hypothesen der Leichtgläubigkeit. Wie Sie sehen, ist hier keine Spur von einem Berg, der imstande wäre die Schiffe anzuziehen, ihnen ihr Eisen zu entziehen, Anker bei Anker, Nagel bei Nagel, und ihre Schuhe sind so frei. Wie an jedem anderen Punkt des Erdbeits. Also wie erklärt Meister? Man erklärt es gar nicht, Johnson, soweit sind wir noch nicht mit unserem Wissen. Aber das steht richtig, mathematisch genau, dass der magnetische Pol sich gerade hier, an dieser Stelle befindet. Ach, Herr Klaboni, wie glücklich wäre der Kapitän, wenn er ebenso vom Nordpol sagen könnte. Das wird er, Johnson, er wird es sagen. Das wolle Gott, erwiderte letzterer. Der Doktor nebst seinem Genossen errichtete ein Merkzeichen gerade an der Stelle, wo das Experiment stattgefunden hatte, und da ihnen das Signal zur Rückkehr gegeben wurde. Begaben sie sich um 5 Uhr abends wieder an Bord. Siebenzehntes Kapitel Katastrophe des Sir John Franklin Es gelang dem Vorwart, die James-Ross-Straße direkt zu durchschneiden, doch nicht ohne Beschwerden, es mussten Säge und Petarden angewendet werden, und die Mannschaft hatte große Strapazen auszustehen. Die Temperatur war zum Glück recht leidlich, um 30 Grad höher, als James-Ross zu derselben Jahreszeit hatte. Das Thermometer wies 34 Grad. Am Samstag umsegelte man das Kap Felix am Nordende des König-Wilhelm-Es-Landes, einer der mittleren Inseln dieser Nordmeere. Die Küste dieser Insel, an welcher man herfuhr, bot einen traurigen Anblick, welcher auf die Mannschaft einen tiefen und schmerzlichen Eindruck machte. In der Tat war dieses König-Wilhelm-Es-Land der Schauplatz des fürchterlichsten Dramas. Einige Meilen westwärts gingen der Erebus und Terror zugrunde. Den Matrosen waren wohl die verschiedenen Versuche zur Auffindung des Admirals Franklin und das Resultat derselben bekannt, aber von den traurigen Details dieser Katastrophe wussten sie nichts. Als nun der Doktor den Lauf des Schiffes auf der Karte verfolgte, kamen einige derselben, Bell, Bolton, Simpson zu ihm heran und knüpften eine Unterredung mit ihm an. Bald schlossen sich ihre Kameraden, von besonderer Neugierde getrieben, ihnen an. Währenddessen fuhr die Brigg mit äußerster Schnelligkeit und die Küste mit ihren Buchten, Caps, Spitzenflug wie ein riesenhaftes Panorama vor ihren Blicken vorüber. Hatteras ging mit raschem Schritt auf dem Hinterverdeck hin und her. Der Doktor saß auf dem Verdeck und sah sich von dem größten Teil der Mannschaft umgeben. Er verstand ihr Interesse an dieser Lage und den mächtigen Eindruck, welchen eine Erzählung über die Ereignisse unter ähnlichen Verhältnissen machen musste. Er setzte also das mit Johnson begonnene Gespräch mit folgenden Worten fort. Sie kennen, meine Freunde, die frühere Laufbahn Franklins, er diente gleich Cook und Nelson vom Schiffsjungen auf. Nachdem er in seinen jungen Jahren an großen Sieerunternehmungen teilgenommen, entschloss er sich im Jahre 1845, zur Aufsuchung der nordwestlichen Durchfahrt auszufahren. Unter seinem Kommando standen der Erebus und Terror, zwei bewährte Schiffe, welche bereits im Jahre 1840 mit James Ross an einer Nordpolfahrt teilgenommen hatten. Die Mannschaft des Erebus, worauf sich Franklin befand, bestand aus 70 Personen, Offizieren und Matrosen, Kapitän war Fitz James, Leuthen Hans Gore und Leves Conte, Rüstmeister des Wö. Sargent, Couch und Stanley Arzt. Auf dem Terror befanden sich 70 Mann, Kapitän Kruzier, die Leuthen Hans Litte Huckzorn und Irving, Rüstmeister Horesby und Thomas, per die Arzt. An den Beinen, Caps, Meerengen, Spitzen, Kanälen, den Inseln dieser Gegenden sind die Namen der meisten dieser Unglücklichen zu lesen, von denen keiner mehr heimgekehrt ist. 138 Mann zusammen Wir wissen, dass die letzten Briefe Franklins von Disco sind und das Datum des 12. Juli 1845 tragen. Ich hoffe, sagte er, diese Nacht nach dem Lancaster Sund unter Segel zu gehen. Was ist seit seiner Abfahrt aus der Bay von Disco vorgefallen? Die Kapitäne der Wallfischfahrer Prinz von Wales und Entreprise bemerkten zum letzten Mal die beiden Schiffe in der Melville bei und seit diesem Tag hörte man nichts mehr von ihnen. Doch können wir Franklin in seiner Fahrt westwärts verfolgen, er fuhr durch den Lancaster Sund und die Barostraße und kam bis zur Insel Bichy, wo er den Winter 1845 bis 1846 zubrachte. Aber wie hat man Kenntnis von diesen Einzelheiten bekommen? Fragte der Zimmermann Bell. Durch drei im Jahre 1850 von der Expedition Austin auf der Insel entdeckte Gräber, worin drei Matrosen Franklins bestattet waren. So dann mit Hilfe des von Hobsohn, Schiffsleutnant des Fox, aufgefundenen Dokuments, welches vom 25. April 1848 datiert ist. Daher wissen wir nun, dass der Erebus und Terror nach ihrem Winter aufenthalt die Wellingtonstraße wieder bis zum 70 Grad Breite hinauffuhren. Aber anstatt weiter nordwärts zu fahren, ohne Zweifel weil dieser Weg nicht fahrbar war, wendeten sie sich wieder südwärts. Und das zu ihrem Verderben, sagte eine ernste Stimme. Ihre Rettung lag nordwärts. Jeder wendete sich um. Hatte Raas auf das Geländer des Hinterdecks gelehnt, hatte seiner Mannschaft diese schreckliche Mahnung zugerufen. Ohne Zweifel fuhr der Doktor fort, war Franklins Absicht, wieder an die amerikanische Küste zu kommen, aber auf dieser unseligen Fahrt wurden sie von Stürmen überfallen, und am 12. September 1846 blieben die beiden Schiffe einige Meilen von hier, nordwestlich vom Kap Felix zwischen den Eisblücken stecken, sie wurden noch bis nord-nordwestlich der Spitze Victoria fortgerissen. Gerade hier, sagte der Doktor, und bezeichnete die Stelle des Meeres. Nun aber, fuhr er fort, sind die Schiffe erst am 22. April 1848 verlassen worden. Was ging während dieser 19 Monate vor? Was haben die Unglücklichen getrieben? Vermutlich haben sie die Lande der Umgegend durchforscht, für ihre Rettung nichts unversucht gelassen, denn der Admiral war ein energischer Mann. Dass es ohne Erfolg war, kommt vielleicht vom Verrat seiner Mannschaft, sagte Hatteras halblaut. Die Matrosen wagten nicht die Augen aufzuheben, diese Worte lasteten schwer auf ihnen. Kurz, das unselige Dokument meldet uns weiter, Sir John Franklin erlag seinen Mühsalen am 11. Juni 1847. Ehre seinem Andenken, sprach der Doktor und zog den Hut ab. Seine Zuhörer folgten schweigend seinem Beispiel. Was ist aus den Unglücklichen, nachdem sie ihren Anführer verloren, geworden? Sie blieben an Bord ihrer Schiffe und entschlossen sich erst im April 1848, dieselben zu verlassen, von den 138 waren es noch 105. 33 waren tot. Darauf errichteten die Kapitäne Kruzier und Fitz James an der Spitze Victoria einen Steinhaufen zum Denkmal und legten ihr letztes Dokument darin nieder. Sehen Sie, meine Freunde, wir fahren bei dieser Spitze vorüber. Sie können die Reste dieses Steindenkmals noch sehen, welches sozusagen an dem äußersten Punkt, wohin John Ross 1831 drang, sich befindet. Hier ist das Kap Jane Franklin. Hier die Spitze Franklin. Hier die Spitze Leves Conte. Hier die Bay des Erebus, wo man die aus den Trümmern des einen dieser Schiffe gefertigte und auf einen Schlitten gelegte Schaloppe fand. Dort wurden silberne Löffel gefunden, Munition in Menge, Schokolade, Tee, religiöse Bücher. Denn die hundertundfünf überlebenden schlugen unter Anführung des Kapitäns Kruzier den Weg nach Gret Fisch Riever ein. Bis wohin vermochten sie zu gelangen? Glückte es ihnen die Hut Zones bei zu erreichen? Sind noch welche bei Leben? Was ist seit dieser letzten Abfahrt aus ihnen geworden? Was aus ihnen geworden ist, will ich ihnen sagen, sagte John Hatteras mit starker Stimme. Ja, sie haben sich bemüht die Hut Zones bei zu erreichen und haben sich in mehrere Trupp zerteilt. Ja, sie haben sich nach dem Süden gewendet. Ja, im Jahre 1854 meldete ein Brief des Doktor Re, dass im Jahre 1850 die Eskimos auf diesem König Wilhelmes Land eine Abteilung von 40 Mann getroffen hätten, welche auf Sie Kälberjagd machten. Ihren Weg über das Eis nahmen mit einem Boot, das sie fortzogen, abgemagert, elend, von Strapazen und Schmerzen erschöpft. Und später entdeckten sie 30 Leichen auf dem Festland und fünf auf einer nahen Insel, die halb bestattet, andere unberdigt, die unter einem umgestürzten Boot. Jener unter den Trümmern eines Zeltes, hier einen Offizier mit seinem Teleskop auf der Schulter, neben ihm sein geladenes Gewehr, weiter hinaus Kessel mit Resten einer grässlichen Mahlzeit. Auf diese Nachrichten ersuchte die Admiralität die Hudson Bay Compagnie, ihre geschicktesten Agenten auf den Schauplatz des Ereignisses zu schicken. Sie begaben sich den Beckfluss hinab bis zu seiner Mündung. Sie untersuchten die Inseln Montreal, Makonuchia, die Spitzer Ogle. Vergeblich Alle diese Unglücklichen waren elendiglich gestorben, dem Jammer, dem Hunger erliegend, indem sie ihr Dasein durch grässlichen Kannibalismus zu Fristen suchten. Das ist aus ihnen geworden, indem sie den Weg südwärts nahmen, den sie dann mit ihren verstümmelten Leichen bedeckten. Nichts! Haben sie noch Lust, denselben Weg einzuschlagen? Die zitternd bewegte Stimme, die leidenschaftlichen Gebärden, die glühenden Gesichtszüge des Kapitäns Hatteras brachten eine unbeschreibliche Wirkung hervor. Die Mannschaft, im Angesicht dieser unheilvollen Lande von tiefster Rührung ergriffen, rief einstimmig. Nordwärts! Nordwärts! Wohlan denn, nordwärts! Im Norden ist unsere Rettung und unser Ruhm. Dort ist der Himmel auf unserer Seite. Der Wind schlägt um. Die Fahrt ist frei. Fertig zum Umkehren. Die Matrosen begaben sich flugs auf ihre Posten, die Eisströme wurden allmählich locker, der Vorwirt bewegte sich reißend schnell mit verstärktem Dampf in der Richtung des Kanals McClintock. Hatteras irrte nicht, indem er auf ein mehrfreies Meer rechnete. Er schlug den Kanal aufwärts den mutmaßlichen Weg Franklins ein, der östlichen Küste des Prinzwilslandes entlang, welche damals hinreichend bestimmt war. Während das gegenüberliegende Ufer noch unbekannt ist. Offenbar waren die Eisgänge nach dem Süden hin durch die östlichen Engen getrieben, denn diese Straße schien völlig frei zu sein. Daher war der Vorwart auch imstande, die verlorene Zeit wieder beizubringen, mit verstärktem Dampf fuhr er am 14. Juni über die bei Osborne und die äußersten bei den Fahrten 1851 erreichten Punkte hinaus. Es befanden sich zwar noch zahlreiche Eisblöcke in der Straße, aber es war keine Gefahr mehr, dass dem Kiel des Vorwirt das Wasser mangeln werde. 18. Kapitel Nordwärts Die Mannschaft schien zu ihrer gewohnten Zucht und Folksamkeit zurückgekehrt zu sein. Die spärlichen, nicht sehr ermüdenden Manövers ließen ihr reichlich Muße. Die Temperatur hielt sich über dem Gefrierpunkt, und das Tauwetter musste die größten Schwierigkeiten dieser Fahrt überwinden. Duke, vertraulich und gesellig, hatte aufrichtige Freundschaft mit dem Dr. Klaboni angeknüpft, und sie standen auf dem besten Fuß miteinander. Aber wie stets ein Freund dem Andern sich hingibt, so muss man eingestehen, dass der Dr. nicht der Andere war. Duke machte mit ihm alles, was er wollte, und der Dr. folgte ihm, wie ein Hund seinem Herrn. Duke zeigte sich übrigens liebenswürdig gegen die meisten Matrosen und Offiziere an Bord, nur mied er, aus Instinkt ohne Zweifel, die Gesellschaft Schändens. Auch hatte er einen Groll, und was für einen. Gegen Penn und Foker, sein Hass sprach sich in ihrer Nähe durch kaum verhaltenes Knurren aus. Diese wagten übrigens nicht mehr mit dem Hund des Kapitäns anzubinden. Kurz, die Mannschaft hatte wieder Vertrauen gefasst, und hielt sich gut. Es kommt mir vor, sagte einst James Wall zu Richard Schänden, als hätten unsere Leute die Anrede des Kapitäns im Ernst genommen, sie sehen aus, als zweifelten sie nicht am Erfolg. Da sind sie im Irrtum, erwiderte Schänden, wenn sie nachdichten, wenn sie die Lage prüften, so begriffen sie, dass wir aus einer Unvorsichtigkeit in die andere geraten. Doch, vor Wall fort, sind wir ja hier in freiem Meer, wir kommen wieder auf schon bekannte Wege, sie übertreiben wohl, Schänden? Ich übertreibe nicht, weil, der Groll, die Eifersucht, wenn sie wollen, welche Hatteras mir einflößt, machen mich nicht blind. Antworten Sie mir, haben Sie die Kohlenkammern angesehen? Nein, erwiderte Wall. Nun, gehen Sie hinab, und Sie werden sehen, wie reißend schnell unsere Vorräte schwinden. Grundsätzlich hätte man die Fahrt vorzugsweise mit dem Segel machen, und die Schraube vorbehalten sollen, um Strömungen oder widrigen Winden entgegenzufahren. So dass unser Brennmaterial nur mit größter Sparsamkeit verwendet würde, denn, wer kann sagen, an welcher Stelle diese Meere, und ob nicht auf die Dauer von Jahren wir festgehalten werden können? Aber, Hatteras, den nur der Wahnsinn treibt, vorwärts zu kommen, bis zu dem unzugänglichen Pool zu dringen, macht sich über ein solches Detail keine Gedanken mehr. Mag der Wind entgegen sein, oder nicht, er fährt mit vollem Dampf und wenn das so fortgeht, geraten wir in große Verlegenheit, wo nicht ins Verderben. Ist das wahr, was Sie sagen, Schänden? Dann ist's eine bedenkliche Sache. Ja, weil, bedenklich, nicht allein in Rücksicht auf die Maschine, die ohne Heizung in einer kritischen Lage uns wenig nützen würde, sondern auch in Hinsicht auf eine Überwinterung. Worauf wir früher oder später gefasst sein müssen Man muss aber in einem Lande, wo häufig das Quecksilber im Thermometer gefriert, das ist bei 42 Grad unter Null der Fall. Aber, irre ich nicht, Schänden, so rechnet der Kapitän darauf, seinen Vorrat auf der Insel Bichy zu ergänzen, dort muss eine große Menge Kohlen gelagert sein. Kann man denn in diesen Meeren fahren, wohin man will, weil Kann man sich darauf verlassen, dass man diesen oder jenen Ort eisfrei finde? Und wenn uns die Insel Bichy abgeht, wenn man nicht zu ihr gelangen kann, was soll aus uns werden? Sie haben recht, Schänden, Hatteras scheint mir unvorsichtig, aber warum machen Sie ihm nicht darüber einige Bemerkungen? Nein, weil, erwiderte Schänden mit kaum verhüllter Bitterkeit, ich habe mir vorgenommen, zu schweigen, ich habe keine Verantwortlichkeit mehr für das Schiff, ich lasse die Ereignisse herankommen. Ich gehorche dem Befehl und habe keine Ansicht zu äußern. Erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass Sie so nicht recht handeln, Schänden, weil sich's um ein gemeinsames Interesse handelt. Und solche Unvorsichtigkeiten des Kapitäns uns alle sehr teuer zu stehen kommen können. Und wenn ich mit ihm spreche, weil, würde er mir Gehör geben? Weil getraute sich nicht, Ja zu sagen. Aber, fügte er bei, vielleicht gäbe er den Vorstellungen der Mannschaft Gehör. Die Mannschaft, sagte Schänden mit Achselzucken, aber, mein armer Wall, haben Sie dieselbe noch nicht beobachtet? Sie ist von einem ganz anderen Gefühl beseelt, als dem ihrer Rettung. Sie weiß, dass es dem 72. Breitegrad zugeht, und dass für jeden Grad weiter hinaus ihr eine Summe von 1000 Pfund zugesagt ist. Sie haben recht, Schänden, erwiderte Wall, und der Kapitän hat damit das beste Mittel ergriffen, seine Leute festzuhalten. Allerdings, erwiderte Schänden, für jetzt wenigstens. Was meinen Sie damit? Ich meine, dass, wenn man keine Gefahren oder Beschwerden zu bestehen hat, im Freien mehr sich befindet, das schon ganz gut geht, Hatteras hat sie mit Geld gewonnen. Aber was man um des Geldes willen tut, tut man schlecht. Kommen wir einmal in schwierige Verhältnisse, Gefahren, Elend, Krankheit, Entmutigung, Kälte, der wir uns unsinnigerweise über Hals und Kopf aussetzen, da werden Sie sehen, ob diese Leute noch Sinn für eine ausgesetzte Prämie haben. Also, ihrer Ansicht nach, Schänden, wird Hatteras seinen Zweck nicht erreichen? Nein, weil, es wird ihm nicht gelingen, bei einer solchen Unternehmung müssen die Männer an der Spitze vollkommene Einigkeit des Sinnes haben, die aber hier nicht besteht. Ich füge bei, Hatteras ist ein Narr, wie seine ganze Vergangenheit beweist. Kurz, wir werden schon sehen. Es können Ereignisse der Art eintreten, dass man genötigt ist, das Kommando des Schiffes einem nicht so vagehäisigen Kapitän anzuvertrauen. Doch, sagte Weil mit zweifelnder Miene den Kopf schüttelnd, wird Hatteras immer auf seiner Seite haben. Er wird, unterbrach Schänden, den Dr. Klaboni haben, das ist ein Gelehrter, der nur Gedanken für sein Wissen hat. Johnson, der ein Seemann ist, Sklave der Disziplin und sich nicht einmal die Mühe nimmt zu urteilen. Vielleicht noch zwei bis drei Mann weiter, wie den Zimmermann Bell, höchstens vier zusammen und es sind unser 18 an Bord. Nein, weil, Hatteras besitzt nicht das Vertrauen der Mannschaft, das weiß er wohl und ködert sie mit Geld. Er hat von der Katastrophe Franklins einem geschickten Gebrauch gemacht, um in den wankelmütigen Geistern eine Wendung herbeizuführen. Aber das hält nicht an, sag ich ihnen, und wenn es ihm nicht gelingt, auf der Insel Bichy zu landen, ist er verloren. Wenn die Mannschaft vermuten könnte. Ich bitte sie ernstlich, erwiderte Shenton lebhaft, ihr diese Bemerkungen nicht mitzuteilen, sie wird schon selbst darauf kommen. In diesem Augenblick übrigens ist's nützlich, in der Richtung nach Norden zu bleiben. Aber wer weiß, ob nicht das, was Hatteras für eine Fahrt nach dem Pol hält, zu einer Rückkehr wird. Am Ende des McClintock-Kanals befindet sich die Baymelville, wo die vielen Straßen zusammenlaufen, welche in die Buffins Bay zurückführen. Hatteras mag sich in Acht nehmen. Der Weg ostwärts ist leichter als der nordwärts. Aus diesen Worten ist Shentons Stimmung zu erkennen, und man sieht, wie der Kapitän Grund hatte, einen Verräter in demselben zu ahnen. Shenton urteilte übrigens in dem Punkt richtig, dass er annahm, die gegenwärtige Befriedigung der Mannschaft rühre von der Aussicht her, bald über den 72. Breitegrad hinaus zu kommen. Dieser Hunger nach Geld übermannt auch die Verzagten an Bord. Nimmt man den Kapitän und den Doktor aus, welche an der Prämie keinen teilhaben konnten, so belief sich die übrige Mannschaft des Vorwärts auf 16 Mann. Da die Prämie 1000 Pfund betrug, so machte dies 62 und ein Halbpfund dem Mann für jeden Grad. Gelang es je, an den Pool zu kommen, so brachten die 18 Grad bis dahin jedem eine Summe von 1125 Pfund, das heißt ein Vermögen. Diese Lieblingsidee kostete demnach dem Kapitän 18.000 Pfund, aber er war reich genug damit eine Spazierfahrt nach dem Pool zu bezahlen. Diese Berechnungen entflammten, wie leicht begreiflich ist, die Geldgehe der Mannschaft in hohem Grad, und mancher, der 14 Tage zuvor gerne südwärts gesteuert wäre, trachtete jetzt, über diese mit Gold belegte Breite hinauszukommen. Am 16. Juni fuhr der Vorwart beim Cup Award vorüber. Der Berg Rolinsen ragte mit weißen Spitzen zum Himmel, Schnee und Nebel ließen ihn kolossal erscheinen, indem man seine Entfernung überschätzte. Die Temperatur hielt sich einige Grad über dem Gefrierpunkt. Es kamen improvisierte Kaskaden an den Abhängen des Berges zum Vorschein, und Lawinen stürzten mit einem Donnergeroll herab, das mit fortwährendem Abfeuern schweren Geschützes zu vergleichen war. Die in langen weißen Streifen zu Tage liegenden Gletscher verbreiteten weithin einen ungeheuren Widerschein. Die nordische Natur im Kampf mit dem Tauwetter bot den Augen einen glänzenden Anblick. Die Brick fuhr ziemlich nahe an der Küste vorüber. Man gewahrte auf einigen geschützten Felsen hier und da Heidekraut, dessen rötliche Blüten schüchtern zwischen dem Schnee sich herauswagten, und magere Flechten von rötlicher Farbe. So wie auf dem Boden kriechende Sprossen einer Art Zwergweide. Endlich, bin 19. Juni. kam man unter dem berufenen 72. Grad bei der Spitze Minto vorüber, welche die Bayomani auf der einen Seite abschließt, und lief in die Baymelville ein. Trotz eines starken Nordwindes hatte der Vorwärts ziemlich leichte Fahrt, so dass er am 23. Juni über den 74. Breitegrad hinauskam. Er befand sich in der Mitte des Melville-Beckens, welches eins der ansehnlichsten Meere dieser Gegenden bildet. Es wurde zum ersten Mal vom Kapitän Paris bei seiner großen Expedition in Jahre 1819 befahren, und seine Mannschaft gewann dadurch die von der Regierung ausgesetzte Prämie von 5000 Pfund. Clifton machte die Bemerkung, dass man jetzt schon zwei gerade gewonnen, und dabei bereits 125 Pfund aus seinem Konto habe. Man entgegnete jedoch, in diesen Gegenden habe Vermögen wenig Wert, und es sei wohl geraten, zu warten, bis man in einer Schenkel zu Liverpool sich die Hände reiben könne. 19. Kapitel Ein Wallfisch in Sicht Das Melville-Becken, obwohl es eine leichte Fahrt gestattete, war doch nicht frei von Eis, man sah ungeheure Eisfelder, die sich bis an die Grenzen des Horizonts erstreckten. Hier und da zeigten sich einige Eisberge, aber unbeweglich und, wie festgeankert, inmitten der Eisfelder. Der Vorwirt schlug mit vollem Dampf die weiten Fahrwege ein, wo seine Bewegungen leicht wurden. Der Wind schlug häufig um, von einem Punkt der Windrose zum anderen rasch überspringend. Die Veränderlichkeit des Windes in den Polarmeeren ist eine beachtenswerte Setsache und häufig folgt auf vollständige Windstille in wenig Minuten ein regelloser Sturm. Dieses Muster hatte Raas am 23. Juni, selbst mitten in der Ungeheuern bei erfahren. Die beständigsten Winde wehen im Allgemeinen von der Eisdecke zum freien Meer und sind sehr kalt. An diesem Tage fiel das Thermometer um einige Grad. Der Wind schlug nach Süd um und ungeheure Windstöße, welche über die Eisfelder strichen, entledigten sich ihrer Feuchtigkeit unter der form dichten Schnees. Hatte Raas ließ augenblicklich die Segel, welche die Schraube unterstützten, aufgallen, was jedoch nicht so schnell geschehen konnte, dass nicht in einem Augenblick sein kleines Bramsegel fortgerissen wurde. Hatte Raas ordnete seine Manövers mit der kaltblütigsten Ruhe an und verließ während des Sturmes das Verdeck nicht, er war genötigt, vor dem Wetter wieder ostwärts zu fürchten. Der Wind regte ungeheure Wellen auf, in deren Mitte Eisblöcke aller Formen schaukelten, die von den umgebenden Eisfeldern losgerissen wurden. Die Brick wurde gleich einem Spielball hin und her geworfen, und Trümmer von Eisblöcken stürzten über ihren Rumpf. Zu Zeiten wurde das Schiff senkrecht auf die Spitze eines Wasserberges gehoben und sein stählernes Vorderteil funkelte wie schmelzendes Metall. Dann stürzte es wieder in einen Abgrund mitten in seiner eigenen Rauchwirbel, während seine Schraube außerhalb des Wassers ihre Schläge in die Luft machte. Regen mit Schnee vermischt, viel in Strömen. Der Doktor ließ sich eine solche Gelegenheit, bis aufs Hemd durchnässt zu werden, nicht entgehen. Er blieb unausgesetzt auf dem Verdeck, um die tiefe Bewunderung eines solchen Schauspiels ungeschmälert zu genießen. Man konnte seinen nächsten Nachbar nicht hören, daher schaute er schweigend. Dabei beobachtete er eine sonderbare, den Nordregionen eigentümliche Erscheinung. Das Unwetter beschränkte sich auf einen engen Raum, erstreckte sich nicht über drei bis vier Meilen weit. In der Tat verliert der über die Eisfelder streifende Wind viel von seiner Kraft und kann seine verheerende Gewalt nicht weit ausdehnen. Der Doktor gewahrte von Zeit zu Zeit, wenn das Unwetter etwas nachließ, jenseits der Eisfelder heitern Himmel und ruhiges Meer. Also brauchte der Vorwart nur durch die Fahrwasser zu dringen, um eine ruhige Fahrt zu bekommen. Nur lief er dabei Gefahr, auf die beweglichen Bänke geworfen zu werden, welche dem Wogendrang unterworfen waren. Doch gelang es Hatteras, sein Schiff nach Verlauf sehen. Während die Heftigkeit des am Horizont wütenden Orkans einige Kabellängen weit vom Vorwart sich legte. Das Melville-Becken bot damals nicht mehr den nämlichen Anblick dar. Durch Einwirken der Wogen und Winde wurde eine große Zahl Eisberge von den Küsten losgerissen und trieben in allen Richtungen sich durchkreuzend und wiedereinander stoßend nordwärts. Man konnte deren mehrere hundert zählen, aber die Bay ist sehr breit und die Brick wich ihnen leicht aus. Es war ein prachtvolles Schauspiel, wie diese schwimmenden Massen mit ungleicher Geschwindigkeit auf dieser ungeheuern Rennbahn um die Wette zu treiben schienen. Der Doktor war davon ganz entzückt, als der Harponier Simpson zu ihm trat und ihn auf die wechselnden Farben des Meeres aufmerksam machte. Dieselben änderten ihren Ton vom tiefen Blau bis zum Olivengrün. Lange Streifen zogen von Norden südwärts mit so grell abstechenden Rändern, dass man, soweit das Auge reichte, ihre Scheidelinien verfolgen konnte. Mitunter zogen auch durchsichtige Streifen neben anderen, die völlig dunkel waren. Nun, Herr Klaboni, was halten Sie von dieser eigentümlichen Erscheinung? sagte Simpson. Ich bin der Meinung, erwiderte der Doktor, welcher einst der Wallfischfahrer Scorsby über die Natur dieser verschieden gefärbten Wasser aussprach. Nämlich die Blauen sind ohne jene Milliarden kleiner Tierchen und Medusen, wovon die grünen Wasser durchdrungen und angefüllt sind. Er hat darüber verschiedene Experimente angestellt und ich schenke ihm gerne Glauben. Ei, mein Herr, man kann aus der Meeresfärbung noch eine andere Belehrung schöpfen. Wirklich? Ja, Herr Klaboni, und wahrhaftig, wenn der Vorwirt nichts als ein Wallfischfahrer wäre, so hätten wir, glaub ich, gewonnen Spiel. Ab Erich sehe doch, erwiderte der Doktor, von einem Wallfisch nicht die geringste Spur. Richtig, aber es wird nicht lange dauern, so werden wir einen sehen, ich sag's Ihnen voraus. Es ist ein merkwürdig gutes Vorzeichen für einen Wallfischjäger, wenn er unter diesem Breitegrad solche grüne Streifen antrifft. Und weshalb? fragte der Doktor, welchen solche von Leuten des Faches gemachte Bemerkungen lebhaft interessierten. Weil man in diesen grünen Wassern, erwiderte Simpson, weit mehr Wallfische zu fischen bekommt. Und aus welchem Grunde, Simpson? Weil sie darin reichlichere Nahrung finden. Sind Sie dieser Setsache gewiss? Oh, hundertmal, Herr Klaboni, habe ich die Erfahrung im Bafins Meer gemacht, und ich sehe nicht ein, warum es nicht in der Melville bei ebenso sein sollte. Sie sollen Recht haben, Simpson. Und sehen Sie, erwiderte dieser, indem er sich über das Geländer beugte, schauen Sie hier, Herr Klaboni. Nun, versetzte der Doktor, man könnte es für das Kielwasser eines Schiffes halten. Das ist ja, erwiderte Simpson, eine fette Substanz, welche der Wallfisch hinter sich lässt. Glauben Sie mir, das Tier, von welchem dieselbe herrührt, muss nicht weit davon entfernt sein. Wirklich, die Atmosphäre war von einem starken Leichtgeruch durchdrungen. Der Doktor betrachtete nun aufmerksam den Meeresspiegel, und es dauerte nicht lange, so fand die Voraussagung des Harponiers seine Bestätigung. Fokers Stimme ließ sich vom Mast herab vernehmen. Ein Wallfisch, rief er, unterm Wind zu uns. Alle schauten in der angegebenen Richtung, eine Meile von der Brick entfernt sah man einen Wasserstrahl ein wenig aus dem Meere heraussprudeln. Da ist er ja. Da ist er, schrie Simpson, dessen Erfahrung unmöglich irren konnte. Er ist wieder verschwunden, erwiderte der Doktor. Man würde ihn wohl zu finden wissen, wenn es notwendig wäre, sagte Simpson bedauernd. Aber, zu seinem großen Erstaunen, und obwohl kein Mensch die Bitte gewagt hätte, gab Hatteras Befehl, das Wallfischboot fertig zu machen. Es war ihm ganz recht, seiner Mannschaft diese Zerstreuung zu gewähren, und selbst auch einige Tonnen Öl zu bekommen. Vier Matrosen verfügten sich in das Boot, Johnson, am hintersten Platz, hatte es zu leiten, Simpson, die Harpone in der Hand, stand vorn. Der Doktor ließ sich nicht abhalten, die Expedition mitzumachen. Das Meer war ziemlich ruhig. Das Boot fuhr rasch ab und befand sich nach zehn Minuten eine Meile weit von der Brick. Der Wallfisch, nachdem er abermals Luft geschöpft, war von neuem untergetaucht. Aber er kam bald wieder an die Oberfläche und spritzte fünfzehn Fußweit die Mischung von Dünsten und Schleim, welche aus seinen Luftlöchern entweicht. Dort, dort, rief Simpson, und wies auf einen Punkt 800 Yards von der Schaluppe. Diese fuhr rasch auf das Tier los, und die Brick, welche es ebenfalls bemerkt hatte, kam mit schwachem Dampf herum. Das ungeheure Tier verschwand und kam wieder zum Vorschein, wie die Wellen es trieben, so dass man seinen schwärzlichen Rücken sah. Ein Wallfisch schwimmt nicht schnell, wenn er nicht verfolgt wird, und dieser wiegte sich in gleichgültiger Ruhe. Die Schaluppe fuhr still heran, dem Strome der grünen Wasser folgend, deren dunkle Beschaffenheit das Tier hindert, seinen Feind zu sehen. Es ist immer ein ängstlicher Anblick, wenn man eine schwache Barke den Kampf mit solchen ungeheuern Unternehmen sieht. Dieses mochte etwa 130 Fuß Messen, und man trifft nicht selten zwischen dem 72. und 80. Breitegrad Wallfische, die über 180 Fuß groß feind. Die Berichte alter Schriftsteller von 700 Fuß großen Tieren gehören ins Reich der Fabeln. Nicht lange, so war die Schaluppe nahe bei dem Wallfisch. Simpson winkte mit der Hand, die Ruder hielten inne, der gewandte Harponier schwang und schleuderte seine Harpone mit kräftiger Hand. Die mit wieder hakiger Spitze versehene Waffe drang in die dichte Fettschichte. Das verwundete Tier warf seinen Schwanz rückwärts und tauchte unter. Augenblicklich wurden die vier Ruder senkrecht empor gehoben. Das an die Harpone befestigte Seil, welches auf dem Vorderteil lag, rollte sich äußerst schnell ab, und die Schaluppe wurde fortgezogen, während Johnson sie geschickt leitete. Der Wallfisch entfernte sich von der Brick und schwamm in der Richtung der treibenden Eisberge, während einer halben Stunde trieb er so. Als die Schnelligkeit des Tieres abzunehmen schien, wurde das Seil allmählich bischzogen und sorgfältig Der Wallfisch erschien bald wieder auf der Meeresoberfläche, schlug diese mit seinem fürchterlichen Schwanz, und das von ihm ausgespritzte Wasser fiel als Platzregen auf die Schaluppe nieder. Diese kam rasch heran, Simpson ergriff eine lange Lanze und hielt sich bereit, dem Tiere zu Leibe zu gehen. Dieses aber schlüpfte mit größter Schnelligkeit in eine enge Fahrt zwischen zwei Eisbergen. Dahin es zu verfolgen, ward nun äußerst gefährlich. Teufel rief Johnson Vorwärts, vorwärts. Fest, meine Freunde, rief Simpson in unsinnigem Jagdeifer, der Wallfisch ist unser. Aber zwischen die Eisberge können wir ihm nicht folgen, erwiderte Johnson, und hielt die Schaloppe an. Ja, ja, schrie Simpson. Nein, nein, riefen einige Matrosen. Währenddessen war der Wallfisch zwischen zwei Eisberge geraten, welche von den Wellen und dem Wind getrieben, zusammen ins Ofaren strebten. Die buxierte Schaloppe drohte in diese gefährliche Enge hineingezogen zu werden, da sprang Johnson mit einem Beil in der Hand aufs Vorderteil und hieb den Strick in zwei. Es war hohe Zeit. Die beiden Berge fuhren mit unwiderstehlicher Gewalt zusammen und zerdrückten das Tier. Verloren, rief Simpson. Gerettet, erwiderte Johnson. Wahrhaftig, rief der Doktor, der keine Mine verändert hatte, das verlohnte der Mühe zu sehen. Die zertrümmernde Gewalt dieser Berge ist enorm. Wie es hier erging, geschieht es häufig in jenen Meeren. Scorsby erzählt, es seien im Laufe eines einzigen Sommers in Bafins Bafins 30 Wallfisch auf diese Art umgekommen, er sah, wie ein Dreimauster binnen einer Minute platt gedrückt wurde. Nach einer kleinen Weile kam die Schaluppe wieder zu der Brigg und an ihren gewöhnlichen Platz auf dem Verdeck. Das ist eine Warnung, sagte Shenton laut, für die Unvorsichtigen, welche sich in die engen Fahrwasser hineinwagen. Zwanzigstes Kapitel Die Insel Bichy Am 25. Juni kam der Vorwärt gegenüber dem Kap Dundas am nordwestlichen Ende des Prinzwilslandes. Hier nahmen die Schwierigkeiten zu zwischen den zahlreichen Eisblöcken. Das Meer wird hier enger und die Linie der Inseln Kruzier, Yang, De, Lothar, Garret, die wie Befestigungswerke vor einer Rede liegen, nötigen die Eisströme, in der Meerenge sich anzuhäufen. Was die Brick unter anderen Umständen an einem Tag geleistet hätte, hielt sie vom 25. Bis 30 Juni auf, sie hielt an, fuhr wieder zurück, wartete die günstige Gelegenheit ab, um die Insel Bichy nicht zu verfehlen, verbrauchte viel Kohlen, indem sie während des Anhaltens nur ihr Feuer mäßigte. Ohne es je ganz ausgehen zu lassen, um zu jeder Stunde bei Tag und Nacht mit Dampf versehen zu sein. Hatteras kannte ebenso wohl, wie Schenten, den Bestand der Vorräte. Aber da er sicher darauf rechnete, auf der Insel Bichy Bichy Brennmaterial zu treffen, so wollte er nicht aus Sparsamkeit eine Minute verlieren. Er war infolge seiner Abschweifung in den Süden sehr verspätet, und obwohl er die Vorsorge gehabt, aus England seit Anfang April abzufahren, so war er doch jetzt nicht weiter voran als die vorausgehenden Expeditionen zu derselben Zeit. Am 30. gewahrte man das Kap Woker, an der nordöstlichen Spitze des Prinzwilslandes, es ist der äußerste Punkt, welchen Kennedy und Bellot nach einem Ausflug durch ganz Nord-Sommer set am 3. Mai 1852 wahrnahmen. Bereits im Jahre 1851 war der Kapitän Ormani bei der Expedition Austin so glücklich, da selbst seine Mannschaft mit Proviant versehen zu können. Dieses sehr hohe Kap ist durch seine rotbraune Farbe merkwürdig, man kann bei hellem Wetter von hier aus bis an den Eingang der Wellington Straße sehen. Gegen Abend erblickte man das Kap Bellot, welches durch die Balmec Leon vom Kap Woker getrennt ist. An dieser Stelle besteht die Küste aus gelblichem Kalkstein von sehr runzeligem Aussehen, sie ist durch enorme Eisblöcke geschützt, welche die Nordwinde auf die imposanteste Weise hier aufschichten. Der Vorwirt verlor sie bald aus dem Gesicht und bahnte sich zwischen locker verbundenen Eisstücken quer über die Barostraße einen Weg zur Insel Bichy. Hatte Rass entschlossen geradeaus zu fahren, um nicht über die Insel hinaus fortgezogen zu werden, verließ an den folgenden Tagen nicht einen Augenblick seinen Posten. Er stieg häufig auf die Querstangen des Obermastes, um die vorteilhaften Fahrpässe aufzusuchen. Er bot bei dieser Fahrt durch die Enge alles auf, was Geschick und Geistesruhe, Kühnheit, selbst sie männisches Genie zu leisten Vermögen. Das Glück war ihm zwar nicht ganz hold, denn zu dieser Jahreszeit hätte er das Meer fast eisfrei finden sollen. Endlich aber, indem er weder seinen Dampf noch seine Mannschaft noch sich selbst schonte, erreichte er doch sein Ziel. Am 3. Juli um 11 Uhr vormittags signalierte der Eismeister nördlich ein Land. Nachdem Hatteras die Beobachtung angestellt, erkannte er die Insel Bichy, diesen allgemeinen Sammelplatz der Befahrer der Nordmeere. Fast alle Schiffe, welche sich in diese Meere wagten, haben dieselbe berührt. Hier hielt Franklin sein erstes Winterquartier, bevor er in die Wellington Straße eindrang. Das letzte Schiff, welches zugleich mit dem Vorwart bei der Insel Bichy anlegte, war der Fox, Mac Clintock versah sich hier am 11. August 1855 mit Vorräten und besserte vor nicht ganz zwei Jahren die Wohnungen und Magazine aus, Hatteras wusste dies alles sehr genau. Dem Rüstmeister schlug beim Anblick dieser Insel gewaltig das Herz, er hatte sie als Quartiermeister an Bord des Phönix besucht. Hatteras befragte ihn, wie die Küste beschaffen, wo am besten zu ankern, die Landung möglich sei. Die Witterung wurde prachtvoll, die Temperatur hielt sich auf 57 Grad. Nun, Johnson, fragte der Kapitän, Sie kennen sich wohl hier aus? Ja, Kapitän, es ist richtig, die Insel Bichy. Nur müssen wir noch ein wenig weiter nordwärts fahren, da ist die Küste zugänglicher. Ab er die Wohnungen, die Magazine? Sagt der Hatteras. Die können Sie erst nach der Landung sehen, sie liegen im Schutz hinter diesen kleinen Bergen, welche Sie dort unten sehen. Und Sie haben beträchtliche Vorräte hingeschafft? Beträchtlicher Kapitän Die Admiralität hat uns im Jahre 1853 mit dem Dampfer Phoenix unter dem Kommando des Kapitän Inglefield und dem Brit Albane mit Proviant hierher geschickt. Wir brachten Lebensmittel für eine ganze Expedition. Aber der Kommandant des Fox hat im Jahre 1855 reichlich aus diesen Vorräten geschöpft, sagte Hatteras. Seien Sie ruhig, Kapitän, entgegnete Johnson, es wird noch genug für Sie übrig sein, die Kälte bewahrt alles merkwürdig und wir werden es noch frisch finden, wie am ersten Tag. Um Lebensmittel ist mir es nicht zu tun, erwiderte Hatteras, ich habe für mehrere Jahre, aber Kohlen bedarf ich. Nun, Kapitän, wir haben deren über tausend Tonnen hier gelassen, darum können sie ruhig sein. So wollen wir anfahren, fuhr Hatteras fort, der das Fernrohr in der Hand unablässig die Küste beobachtete. Sie sehen diese Spitze, versetzte Johnson, sind wir um diese herum, so befinden wir uns ganz nahe bei unserem Ankerplatz. Jawohl, von dieser Stelle aus sind wir mit dem Lieutenant Creswell und den zwölf Kranken des Investigator nach England abgefahren. Aber sind wir so glücklich gewesen, den Lieutenant des Kapitän McClure wieder heimzubringen, so hat der Offizier Bellot, welcher auf dem Phoenix mitfuhr, seine Heimat nie wieder gesehen. Ach, eine traurige Erinnerung. Aber, Kapitän, ich denke, wir müssen an dieser Stelle die Anker werfen. Gut, erwiderte Hatteras. Und er erteilte demnach seine Befehle. Der Vorwirt befand sich in einer kleinen, von der Natur gegen die Nord-, Ost- und Südwinde geschützten Bucht, etwa eine Kabellänge von der Küste entfernt. Herr Wall, sagte Hatteras, lassen Sie und schicken dieselbe mit sechs Mann ab, um die Kohlen an Bord zu schaffen. Ja, Kapitän, erwiderte Wall. Ich will mich mit dem Doktor und dem Rüstmeister in der Piroge ans Land begeben. Herr Schenten, Sie haben wohl die Güte, uns zu begleiten? Zu Ihrem Befehl, erwiderte Schenten. Nach einigen Augenblicken saß der Doktor, mit seinem Jagdgeräte und gelehrten Apparat versehen, liebst seinen Genossen in der Piroge. Zehn Minuten darauf stiegen sie an einer ziemlich niedrigen und felsigen Küste ans Land. Führen Sie uns, Johnson, sagte Hatteras. Sie finden sich hier zu Hause? Vollständig, Kapitän, doch sehe ich ein Monument, welches ich an dieser Stelle nicht zu treffen vermutete. Stirbt, rief der Doktor aus, ich weiß, was es ist. Treten wir näher, dieser Stein wird uns selbst sagen, was er bisher hier zu tun hatte. Die vier Mann schritten voran, und der Doktor sprach, indem er den Hut zog. Dies, meine Herren, ist ein zum Ehrengedächtnis Franklins und seiner Gefährten errichtetes Monument. In der Tat hatte Lady Franklin, welche bereits 1855 dem Doktor Kane eine schwarze Marmortafel zugestellt, eine zweite im Jahre 1858 Mac Clintock anvertraut, um sie auf der Insel Bichy aufzustellen. Mac Clintock entledigte sich gewissenhaft dieser Pflicht und stellte diese Tafel nicht weit von einem bereits zum Andenken Bellots durch Sir John Barrow errichteten Leichendingstein auf. Die Tafel hatte folgende Inschrift Zum Angedenken an Franklin Crozier Fitz James und all ihre tapferen Brüder Offiziere und treue Kameraden, welche für die Wissenschaft und den Ruhm ihres Vaterlandes gelitten haben und gestorben sind. Ist dieser Stein errichtet? Nahe der Stelle, wo sie ihren ersten Winter im Norden zugebracht und von wo aus sie abfuhren, um über die Hindernisse zu triumphieren oder zu sterben. Er bezeugt die Erinnerung und Bewunderung ihrer Landsleute und Freunde und den im Glauben versöhnten Schmerz. Der Frau, die in dem Haupt der Unternehmung den liebevollsten Gemahl verloren hat. Also hat er sie zum letzten Hafen geleitet, wo alle die Ruhe finden. 1855 Dieser Stein auf einer entlegenen Küste dieser fernen Regionen sprach schmerzvoll zum Gemüt, dem Doktor traten bei dieser rührenden Leitbezeugung Tränen in die Augen. Und trotz dieser düstern Warnung des Verhängnisses war der Vorwört im Begriff, den Weg des Erebus und Terror zu verfolgen. Dieser gefährlichen Betrachtung entzog sich zuerst Hatteras und erstieg rasch einen ziemlich hohen, fast ganz schneefreien Hügel. Kapitän, sagte Johnson, der ihm folgte, von da herab werden wir die Magazine sehen. Schenden und der Doktor holten sie in dem Augenblick ein, als sie auf dem Gipfel ankamen. Aber von hier aus verloren sich ihre Blicke über ungeheure Ebenen, welche keine Spur einer Wohnung zeigten. Das ist aber doch sonderbar, sagte der Rüstmeister. Nun, und jene Magazin? sagte Hatteras lebhaft. Ich weiß nicht. Ich sehe nicht. Stotterte Johnson. Sie werden sich im Weg geirrt haben, sagte der Doktor. Es scheint mir aber doch, versetzte Johnson nachdenklich, an eben dieser Stelle. Kurz, sagte Hatteras ungeduldig, wohin sollen wir gehen? Hinab, sprach der Rüstmeister, denn es wäre möglich, dass ich mich irre, seit sieben Jahren hab, ich die Erinnerung an diese Örtlichkeiten verloren. Besonders, erwiderte der Doktor, wenn das Land so einförmig und monoton ist. Unten noch, murmelte Johnson. Shenden hatte keine Bemerkung geäußert. Nachdem sie einige Minuten gegangen, blieb Johnson stehen. Aber nein, rief er aus, nein, ich irre mich nicht. Nun denn? sagte Hatteras und blickte umher. Was hat sie zu dieser Äußerung veranlasst, Johnson? Fragte der Doktor. Sie sehen diese Erhöhung des Bodens? Sagte der Rüstmeister und deutete, zu seinen Füßen auf eine Bodenerhebung, worauf drei Stellen etwas erhöht vortraten. Was schließen sie daraus? Fragte der Doktor. Hier befinden sich, erwiderte Johnson, die drei Gräber der französischen Bootsleute. Jetzt bin ich sicher, ich irre nicht, und hundert Schritte von uns sollten sich die Wohnungen befinden, und wenn sie nicht da sind. So ist. Er wagte nicht, seinen Gedanken völlig auszusprechen, Hatteras war vorangeeilt, und ein Sturm der Verzweiflung erfasste ihn. Hier hätten in der Tat die so sehnlich erstrebten Magazin mit den Vorräten aller Art, worauf er rechnete, sich befinden müssen. Aber Verderben, Plünderung, Zerstörung, Verwüstung waren darüber hergegangen, wo zivilisierte Hände reiche Hilfsquellen für die erschöpften Seefahrer geschaffen hatten. Wer hatte solche Plünderung verübt? Die reißenden Tiere, Wölfe, Füchse, Bären? Nein, denn sie hätten nur die Lebensmittel vernichtet, und es war kein Fetzen von einem Zeltobdach geblieben, kein Stückchen Holz, Eisen oder anderes Metall, und das Erschrecklichste für den Vorwart. Kein Bröcklein Brennmaterial. Offenbar haben die Eskimos, die oft mit europäischen Schiffen in Berührung kamen, am Ende den Wert dieser Gegenstände, welche ihnen völlig mangeln, schätzen gelernt. Seitdem Fox des Weges gekommen, hatten sie öfters diesen Ort des Überflusses besucht, und unablässig weggenommen und gepündert, mit der wohl überdachten Absicht, keine Spur von dem. Was hier gewesen war, zurückzulassen, und nun lag eine weitreichende Schneedecke über dem Boden. Hatteras war voll Bestürzung. Der Doktor schaute mit Kopfschütteln. Schenden schwieg stets, und ein achtsamer Beobachter hätte ein boshaftes Lächeln wahrnehmen können. In diesem Augenblicke kamen die vom Lieutenant Weih geschickten Leute an. Sie verstanden alles. Schenden trat zu dem Kapitän, und sprach. Herr Hatteras, es scheint mir unnütz in Verzweiflung zu geraten, wir befinden uns zum Glück am Anfang der Barostraße, welche uns ins Barfinsmeer zurückführen wird. Herr Schenden, erwiderte Hatteras, wir befinden uns glücklicherweise am Anfang der Wellington Straße, und sie wird uns dem Norden zuführen. Und wie werden wir fahren, Kapitän? Mit Segeln, mein Herr. Wir haben noch für zwei Monate Brennmaterial, und das ist mehr, als wir während unseres bevorstehenden Winteraufenthaltes bedürfen. Sie wollen mir gestatten zu sagen, fuhr Schenden fort. Ich gestatte Ihnen, mir an Bord zu folgen, mein Herr, erwiderte Hatteras. Und er kehrte seinem Unterbefehlshaber den Rücken zu, begab sich auf die Brigg, und schloss sich in seine Kabine ein. Zwei Tage lang war widriger Wind, der Kapitän erschien nicht wieder auf dem Verdeck. Der Doktor benutzte diesen gezwungenen Aufenthalt auf der Insel Bichy. Er sammelte die wenigen Pflanzen, welche eine verhältnismäßig hohe Temperatur auf den schneefreien Felsen wachsen ließ, etliches Heidekraut, einige Flechtensorten, eine Art gelber Ranum kellen, eine dem Sauerampfer ähnliche Pflanze, und kräftiges Steinbrech. Die Fauna dieser Gegend war reicher als die so beschränkte Flora, der Doktor gewahrte Langereien Gänse und Kraniche, welche nordwärts zogen. Die Rebhühner, blau-schwarze Eiderenten, die Ritter, eine Art Strandläufer, Polartaucher, Feldhühner, dreizehige Möwen, und Taucherenten repräsentierten das Tierreich. Der Doktor war so glücklich, einige graue Hasen zu erlegen, die im Winter weißen Pelz tragen, und einen blauen Fuchs. Einige Bären, die offenbar vor den Menschen scheuten, ließen sich nicht nahe kommen, und die Robben waren aus gleichem Grunde sehr scheu. In der Beifanden sich reichig eine Art Trompetenschnecken, die recht schmackhaft waren, von Insekten gelang es dem Doktor, einem Moskito, der ihn gestochen, zu erhaschen. Von Schaltieren sammelte er eine Art Muscheln und einige zweischalige Schnecken. Schaltieren 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 Untertitelung des ZDF, 2020